Und vorschieben. So. Beleuchtung. Ein bisschen runterdrehen. Wenn ich so die ultimative Multitasking-Fähigkeiten hätte, dann würde ich jetzt nebenbei im Stream noch weiter bemalen. Die nächste Figur fast fertig ist diesmal definitiv kleiner. Ein kleiner Space Marine mit Messerchen. Aber hach, ne? Weil es so schön ist. Wie das Intro zum Beispiel. Das gönnen wir uns doch nochmal mal wieder. Ich hab mich immer von den Schiffen ablecken lassen. Gar nicht gesehen, dass in dem einen Screen gerade auch Astronauten waren. Großartig. Ein richtig schöner Würdenträger. Und da riegt sie drauf in all seiner Pracht. BAM! So. Mal immutieren. Äh. 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 So, da bin ich wieder. Boulway, grüß dich in Zeit. Hallo, für dich von der Tabelle. Ich bin überaus verzückt, sie begrüßt uns zu dürfen. Und continue. Nachdem wir dieses großartige Intro genießen durften, dürften wir jetzt noch mal ein bisschen einen geilen Iron Man... Iron... Ne, Iron Man. Im Englischen sagen sie immer Iron. Glaube ich zumindest. So ist die englische Aussprache. Nicht Iron... Sondern Iron Man. Let me grüße ich auch für dich ein zattes Hallo von der Tabelle. So, Pinsel beiseite. Und während es hier lädt, werde ich mal eben zumindest ein bisschen Lack abschleifen, damit ich eine Stelle besser kleben kann. Bei meinem aktuell bemalten Dude. Das abgefahren ist, also ich habe Miniaturen, Entferben ja immer mit Händedesinfektion gemacht. Aber wodurch sich die Farbe auch besonders gut löst, ist tatsächlich der Plastikkleber. Also Kleber zum Miniaturen kleben. Falls ihr irgendwann mal wieder Miniaturen passen wollt, ich würde übrigens den hier empfehlen. Uhu Plast. Auch schön hier oben mit so einer feinen Metallspitze und so was. Das ist der jetzt top, der Kleber. Buckt all das weg. Und ansonsten aktuell bemale ich, da sieht man hier natürlich jetzt bescheiden durch Beleuchtung oder sonst was. Ja, vielleicht wenn es fertig ist, poste ich irgendwann ein Foto bei Twitter oder ich fotografiere das und dann mache ich das Foto auf dem Stream oder so, wobei fotografiert habe ich das. Guckt euch das an. So viel kaputt, aber auch so viel in Umarbeit. Decker verletzt. Behimel ist leider tot. Noch keinen kompletten... Ja, ein Schlumpf. Ein fucking Schlumpf in Space Marine. Space Marine. Space Marine. Äh, Morschtsehle weg. Ach, wundervoll. Ähm, ja, ich finde die Ultramarines tatsächlich mitunter am besten. Aus dem einfachen Grund, die, also die leben zwar hart nach dem Kodex, ja, aber die richtig guten Ultramarines sind diejenigen, die sich halt auch, äh, außerhalb vom Kodex bewegen. Ein Cap mit Schwert, genau. Äh, okay, jetzt will ich eigentlich unbedingt das Foto rüberkriegen. Ich muss mal eben schauen. Handy, bist du da? Nee, natürlich nicht. Das funktioniert irgendwie nie über das System. Also da, da fehlte noch der Chilt. Ich hatte den Arm schon dran. Ein paar kleine Details fehlen noch. Ich habe das Schwert zum Beispiel noch nicht fertig. Aber, ähm, grüßenteils ist er jetzt zumindest schon erledigt. Ich habe mal ein helleres Gold verwendet, als das eigentlich der Standard ist. Also ich habe mal ein bisschen rumexperimentiert. Da bin ich noch unschlüssig, ob ich den Helm nicht vielleicht nochmal neu mache. Ähm, also das kann man zum Teil leicht abkratzen, wenn einem das zu dick wird, weil da sind ja auch Details, die man sonst vielleicht nicht sehen würde. Moit. So, jetzt erstmal hier wieder das Rudig Ruf uftet. Black Legion und Korn-Berserker. Korn ist natürlich auch ziemlich fett. Also wenn ich, äh, in 40k Karts spielen würde, dann wäre Korn vermutlich schon mal ganz gut. von der Black Legion mag ich ja das Legion-Symbol. Muss ich mir jetzt nochmal eben anschmeißen, weil das einfach fett aussieht. Also ich könnte jetzt theoretisch, ich hätte das Bild da von meinem kleinen Krieger. Wollt ihr es sehen? Also ich habe ja jede Menge. Hast du ja wahrscheinlich auch schon mitgekriegt. Ich habe ja Tau. Mein letztes, äh, Projekt war ein Ghost Keel, den ich fertig habe. Battle Destroy Base. Ja, nee, dann fliegen wir zum Kriegsrad. Nur ganz viel Blabla. Natürlich, sagt Lemmy. Okay, wir fliegen jetzt hier gerade sowieso. Ich bin, oh, jetzt kommt hier direkt ein Zwischenfall. Moonlight with a Medium Laser. Ach, jetzt baut Varangium einmal herum. Ja, Varangium, oh schön, der kann eine Woche in der Magbay verbringen. Ich verliere ein Medium Laser. Ich kriege ein Medium Laser. Plus, plus, oh, Varangium ist für eine Woche nicht verfügbar. Das ist in Ordnung. So, dann fliegen wir mal weiter. Dann suche ich mal fix, äh, le, le Bilder raus. Wenn ich dafür mal mehr Zeit hätte, das ist mitunter, finde ich persönlich, das Geilste, was es gibt. Miniatur bepinseln. Varangium auf Fesplodee. Varangium auf Fesplodee. Varangium auf Fesplodee. So, Downloads. Dann schmeißen wir einmal an, die sogenannte, ah, fertig, adden, und Rest, safe, safe, safe. Gut. Wir sind am Ziel angekommen, wir mischen, ah, ne, Quatsch, er ist fertig hier mit der Schrauberei. Jobstorne. Das nächste ist das Shipupgrade, was kommt, das ist eine lange Reise, alter Schwede. So, Screen switchen, schwapp, rüber zum, so. Also womit ich noch nicht zufrieden bin, also die Beschaffenheit der Miniatur ist leider, die Oberfläche ist teils ein bisschen angeranzt, das habe ich erst beim Bemalen richtig bemerkt, vielleicht beim Entfärben entstanden. Was mir nicht gefällt, ist hier die Augenpartie, so der Helm, aber das ist auch leider einer der Parts hier, so die Feinheiten, die nicht so top geworden sind beim Entfärben. Auch noch nicht perfekt scharf, die Fotos. Alter, wenn man so krass ransunkt, dann sieht er irgendwie direkt nochmal schlimmer aus. Wenn ich ihn so in der Hand halte, dann denke ich mir, boah, geil, wenn ich ihn da so auf dem Foto sehe, denke ich mir, hm, da könnte man nochmal was mehr machen. Aber dann sieht man die schon mal in so nah, eigentlich müsste ich den von weiter weg fotografieren, damit es authentisch ist. Jobs done, Upgrade fertig, Engineering, Chip Upgrades. So, was nehmen wir denn als nächstes? Was habe ich überhaupt gemacht? Habitat Pods? Guck mal hier, was es hat. Verbesserte Bücherei. Wir machen jetzt erstmal hier die Kernfeatures von dem Teil, dass wir die Systeme alle noch verbessern können. Wir haben ja genug Kohle und hier das ganze Upgrade in Progress. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Bei Forgeworld vorbeigeschaut. Äh, selber lackiert? Ja, den habe ich selber bepinselt. Bernd Volker, grüß dich ein zattes Hallo für dich von der Tapete. Äh, Forgeworld, ich habe, also Forgeworld Miniaturen, da habe ich so nix. Alles, was ich habe, sind auch tatsächlich einfach nur wirklich unfassbar krasse Schnapper von Ebay. Forgeworld sind die mit den richtig krassen Minis, die, ähm, auch Zeug von abseits der, Moment, man sieht mich gar nicht, so ist es viel besser, weil man muss ja dieses hübsche Gesicht auch sehen, die die ganzen Miniaturen abseits von dem Standard von Games Workshop haben, ne? Ach, danke, Lemmy. Hast du meinen Tau-Geistkampfanzug gesehen? Ja, und ab davon habe ich neben Tau-Einheiten, wovon ich auch noch unfassbar viele zu bemalen habe, auch noch ein Ork. Wow! Also sehr viele Orks mit Vagboss und sowas. Killer Cop dann. Und, äh, da habe ich auch noch viel zu bemalen. I've got the financial report, ist aber auch in Ordnung. Forgeworld, jetzt muss ich ja zumindest mal eben kurz anklicken, ne? Schauen wir uns das einmal kurz an. Ja, da sind die, das, Forgeworld sind die mit den geileren Miniaturen. Knights zum Beispiel gibt's von Games Workshop gar nicht. Forgeworld, die haben halt so richtig den krassen Scheiß. Die haben auch die ganzen geilen Umbau-Kits und sowas. Base Marines. Keen war doch damals alle ISS. Was ist da? Hier, Mosdodon Heavy Assault Transport. Das findest du bei Games Workshop zum Beispiel gar nicht. Die ganzen verschiedenen Panzer auch hier. Oh, das ist so fett. Fire Raptor Gunship. Das hätte ich total gerne. Und ein Storm Eagle wäre auch geil. Ich mag das mit den Missile Ports oben drauf. Aber ansonsten Fire Raptor Gunship sieht so fett aus. Ah, der Daimus Indicator Laser Destroyer. Legion Felblet, den kenn ich gar nicht. Ja, und hier Deredo, Pattern, Dreadnought, die Dinger sind ja unfassbar krass. Das sind einfach die übelsten Geschützplatzformen. Das ist so ein geiler Scheiß. Und Leviathan Rednought. Ja, das Drehort super heavy. Oh, 220 Pfund kostet. Ich hab mich schon immer gefragt, wie viel das Ding wohl kosten mag. Alter Schwede, fick die Hände. Ist das teuer. Aber das ist so unfassbar viel geiler Scheiß. Oh mein Gott. Iron Hands Mark III Armor. Das find ich auch so geil. Die Bruderkriegsrüstung und sowas. Die findest du ja gar nicht mehr. Ich würde Warhammer 40k Tabletop spielen, wenn ich jemanden in meinem Umkreis hätte, der das mir machen würde. Dann würde ich vielleicht auch bei meinen Armeen nochmal ein bisschen mehr Gas geben. Mark VI Hammer. Diese Upgrade Kits, die finden mir sowas von dermaßen total. Thunder Hawk Gunship. Oh, und diese Vernichtung oben da drauf. die Pferde-Kanone. Da können wir uns schon mal richtig wuschig werden. Guckt euch das an. Mark IV. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neunzehn, dreißig Space Marines in der Mark IV-Rüstung. Damiel, grüße ich ein zartes Hallo für dich von der Tapete. Es geht sofort weiter mit Battle Tag, dann rushen wir noch ein bisschen weiter durch die Story. Ich bin gerade einfach nochmal, ich bin schwer beschäftigt damit nochmal hin und weg zu sein, den einen oder anderen nur Gessen zu kommen bei den, äh, Forgeworld-Miniaturen für Warhammer 40k. Ach, das ist einfach so viel geiler Scheiß. Ach, das hier auch wieder so geile, viele unterschiedliche, äh, Terminatoren gibt. Kataphrakti-Terminatoren, die hätte ich total gerne. Ich mag das ja, weil die haben nochmal, ich finde nochmal ein Stück mehr, so dieses Ritter-Design. Mark V Space Marine Assault Squad. Oh, die ähneln sehr stark den, diese Jetpacks, aber die ähneln nochmal sehr stark den Raptor-Nech-Chaos-Marines. Gefällt mir. Ja, das bringt mich wieder dazu, dass ich mir auch total gerne irgendwie einen 3D-Drucker zulegen würde. Wenn die nicht so unfassbar teuer wären, dann würde ich mir meine eigenen, äh, Battle Tag-Miniaturen drucken. Also eben mit den Designs von, das sieht auch richtig geil aus. Mit den Designs von PGI. Also Muster hätte ich schon einige. Habe ich, hier zwischendurch natürlich mal langweilig gehabt, runtergeladen. Aber einfach keinen 3D-Drucker, keinen adäquaten. Oh, mein Gott. Abgefahren finde ich ja auch. Dann, wenn man bei den Tau guckt, zum Beispiel. Tau sind, oder bei den Orks, auch überhaupt bei allen einfach keine Space Minutes, nur Tau. Tau Empire. Und aktuell, siehst du dich? Jo. Hey. Falsch. Ach, zu schnell geklickt. So, dann jetzt nochmal eben. Rup, Tau Empire. Dann geht's gleich auch endlich weiter. Ich will mir auch gerne Orks angucken oder sowas, aber naja, ne. Ah, Supremacy Armor. Überlegenheitserber. Boah. Oder Rüstung. Der Titel, für die Tau, das, was man bei der imperialen Armee einen Titan nennen würde. Aber hier muss ich sagen, bei den experimentellen Anzügen, Battle Seals und so, die gefallen mir teilweise nicht, weil die Köpfe da so ein bisschen weird sind. Manchmal aber auch tatsächlich insgesamt das Design der Anzüge ist, finde ich gelegentlich ein bisschen unpassend für Tau. Aber der Kopf, der sieht echt so weirdo aus. Hier sieht der Kopf geil aus, aber der Rest vom Anzug ist direkt wieder so so ein bisschen strange ab vom Schuss. Dafür sieht hier der Crysis Battlesuit wieder ziemlich geil aus. Ah komm, wir gucken uns doch eben kurz Orcs an, ne. Orcs, ja, oder? Die Preise, da brauchst du gar nicht, da brauchst du dich gar nicht so orientieren. Das kannst du dir wirklich nur leisten, wenn du richtig gut coole-technisch dabei bist. Und findest du die Dropchips von so kacke, weil die nicht zusammenpassen. Von Warhammer, okay. Verdammt, zeitintensiv, ansonsten lohnt sich das nicht. Ja, ich weiß gar nicht, wie lange so ein Druck von sagen wir mal jetzt das Ding, was ich gerade gezeigt hatte. Hier, der kleine, äh, ja, der, da, der kleine Space Marine. Wie lange würde Sonnendruck dauern? Wie lange würde dann, äh, Sonnendruck dauern? Im Vergleich zum kleinen Space Marine. Uh, äh, ach, naja. Sowas würde mich echt mega interessieren. Ja, die Zeit vom Druck ist harmlos, okay. Ah, hier die Stomper von den Orks. Find ich super geil. Ein Warcopter, okay. Gott, Megatank. Ach, das Design von den Orks ist einfach geil. Außer Müll alles zusammengeschustert und so mittelalterlich angehaucht. Megadread. Die sehen auch fett aus. Ganzen Mechs quasi von den Orks. Die ganzen Geschütze, die man sonst irgendwo hinstellen kann. Oh. So, okay, jetzt ist aber auch mal hier, es ist Schluss, es ist Schicht im Start, Ende im Gelände. Wir haben eine Schlacht zu schlagen. Rot ist schneller. Die 3D-Drucker sind gar nicht mehr so teuer. Ja, äh, äh, aber bis du den Drucker, die Druckzeit ist harmlos, aber bis du den Drucker verstanden hast, alle Problemquellen eliminiert hast, selber Sachen, entweder Düsen, Materialabwechsel, etc., pp. oder das mit Düsen und Material und so, da müsste ich mich, auf, da würde ich mich in einem Forum schlau machen und halt einfach da mal hart wühlen. Ansonsten, äh, Moral um zwei erhöht schön, ähm, mam, mam, so veo 게 Filament oder sonst was als Druckmaterial würde ich mir alles aus Foren rausholen. Wenn, dann würde ich mir aber auch tatsächlich ein Do-It-Yourself-Kit holen, also einen Drucker zum zusammenbauen. Ich meine, ich habe das Geld nicht, davon ganz ab. Wenn ich mir einen 3D-Drucker zulegen würde, dann wäre es aber einer, den man selber zusammenbaut, weil, also das bringt erstmal zwar das Risiko mit sich, dass man irgendwas falsch macht oder so, aber ich bin eigentlich schon ganz gut so in Sachen zusammenbaut. Ich baue Computer zusammen, ich habe bei meinem Autoteiler ausgetauscht und was. Handys kann ich Displays wechseln, ich kriege auch einen 3D-Drucker zusammengebaut. Und, ähm, meine Vermutung, äh, wäre, ach nein, Quatsch, nicht meine Vermutung, es ist halt, wenn man einen Drucker kauft, den man selber zusammenbaut, dass die, also wenn du einen für 200 Euro kaufst, zum selber zusammenbauen, dann hast du einen, der in der Qualität von einem, der so 300 bis 350 Euro, äh, fertig ist, drucken kann. Also fertig, auseinandergekauft, 350 Euro, du und dir Self-Kit, 200 Euro. So grob, äh, übersetzt. Aber die Frage ist, so ein 200-Euro-Kit, würde das denn, würde das denn schon reichen, um qualitativ Gutes zu drucken? Da stecke ich halt absolut nicht drin. Wenn ich denn irgendwann mal die Kohle übrig hätte, würde sich das so lohnen. Also ich würde mich da unfassbar gerne reinfuchsen und sowas, ich würde das auch total gerne machen. Ich brauche mir auch nix, ach ja, halt die Schnauze. Ich brauche auch nix, äh, selber entwerfen an 3D-Designs oder sowas, weil, wie gesagt, ich mir schon total viel entsprechend besorgt habe. Und ich würde alles damit erstmal durchziehen, dass ich hier mir schön MacWarrior Online-Designs, äh, ausdrucken kann. Das könnte ich als Donation-Ziel machen. Wann werde ich damit wohl fertig? In zwei Jahren oder so? Die Fans müssen Achtet, jo, oh, die Mission war doof. Calculating, habla, balabalabalabeeb. Jetzt fliegen wir hier so viel hin und her, dass Deckard sogar auch wieder gesund ist. Und der hat so hart auf die Nase gekriegt. Winsor, hast du denn auch so geschaut oder ersehen können, was für 3D-Drucker so in Frage kämen, um etwas qualitativ Akzeptables herzustellen? Würde mich ja wohl mal interessieren. Fup. So viel hin und her, Gefliege. Dann für eine ätzend nervige Defense-Mission. Ah, wobei, wir, wir, wir scheißen natürlich auf das Bonus-Ziel, wir konzentrieren uns nur auf die, die Basis. Zumindest hast du nichts gemerkt. Okay. Also dieser für 200 Euro, das Dual-It-Yourself geht, das kann halt tatsächlich riesigen Qualität drungen. Also die 4DK-Miniaturen zum Beispiel. Angeblich. Ich muss mir das Video nochmal genauer anschauen und vielleicht noch ein paar andere Berichte dazu. Aber dann wäre das wahrscheinlich mein oberstes Ziel. Aber man muss, ein Video habe ich schon gesehen, man müsste sich zwei Teile, das sind diese Stellschrauben, die im Drucker sitzen, wo die Schläuche reinkommen, wo dann das Plastik, das Filament durchläuft. zwei Projekte, für die du dir einen 3D-Drucker, für die du einen 3D-Drucker brauchen willst, aber du willst dir keins kaufen. Ähm. Bei mir schaut dies ein bisschen anders aus. Also ich hätte sehr viel, was ich drucken würde. Wie gesagt, also erstmal total viel von MagWarrior Online, die Designs, und den Megamuse-Kanal, halt auf Englisch, ja da habe ich ja kein Problem mit. Den Ding muss ich mir nochmal eben öffnen, so, direkt Pause. Ach, juhu, das ist auch der Dude, von dem ich das Video gesehen habe, zu dem, äh, oder einer von denen, wo ich das Video zu dem Drucker halt gesehen habe. Meine Güte, der sagt halt, dass man auch so zwei Teile mindestens austauschen sollte. Aber wir gucken mal immer in die Hiring Hall, vielleicht finden wir einen überragenden Piloten. Riptide. Ach, Sturmflut, Riptide, das ist ein cooler Name. Brawler. Ordentlich gatscht, aber Gunnery ist halt einfach mal echt, das kann es nicht machen. Nun, wir laufen mal unseren Kontrakt. Was ist mit dem Orion? Ach ja, den wollte ich ja erstmal nicht reparieren. So, wie viele Tonnen? 325 Tonnen. Wir sind fast bei dem, äh, uns selbst erdachten Maximalgewicht angekommen. Bei Rangien ist auch wieder im Stüssel. Schade, dass die Cockpit-Mod kaputt steht, kaputt geht, wenn der Pilot aussteigt. Weil das wäre echt noch ein Traum gewesen, das zu behalten. Ich überlege gerade, ob ich, ich muss gleich mal schauen, ob ich auch einhändig spielen kann. Weil dann würde ich zumindest jetzt mal das Schild wieder ankleben. Also der, der Spacemaker, den ihr gerade gesehen habt. Das Schild ist leider nicht ganz dran. Ich habe das nicht lange genug gehalten. Nach dem Foto ist es 5 Minuten später wieder so von ihm runter. und, ähm, naja. Ja, dann hätte ich, äh, von Warhammer 40k, zumindest einen Imperial Knight, den ich mir drücken würde. Die Dinger sind, äh, so, so groß ungefähr, vermutlich circa. Also da würde ich mir, äh, man drückt sich da dann die Bauteile entsprechend und druckt, äh, baut es zusammen. Ähm, ein Kettensägenschwert, ein Chainsword quasi, von Warhammer 40k, in echt, real life Größe würde ich mir drücken. Ein Kettenschwert würde ich aber nicht haben. Ziemlich fett. Eine Boltpistole aus dem 40k-Universum würde ich mir wahrscheinlich auch drucken, weil es dann dazu passt. Oder eine Plasmapistole, da bin ich mir noch nicht ganz schlüssig. Ähm, diverses Kinderspielzeug vermutlich. So kleine Teile. Ich fand mal gut, wo er eine Kritik zu einem 3D-Drucker mit dem besten Preis Leistungsverhältnis gemacht hat. Extra laden in Australien, wo er ihn gefunden hat. Ein Ali. Wie geil. Wie fett ist das denn? Es gibt, da gibt es gute Mods für den Nerf. Oh, stimmt. Nerf Blaster umbauen mit, äh, mit 3D-Drucker-Kram zu einer Boltpistole oder so. Das wäre auf jeden Fall fett. So, wir starten jetzt mal die Mission. Ich habe schon wieder nicht geguckt. Äh, wo ist hat man hier? Was ist das jetzt nochmal? Kamea, ich bin eine Schwerte. Ein Bolter, jawohl. Einen richtigen Bolter oder nur die Boltpistole? Ja. Da vorne, hinrushen, wegmorschen. Einer bleibt in der Mitte stehen. Und dann kommen gleich erst von rechts welche und dann kommen von links welche. Ja, ja. Machen in den Frosser. Ich finde, Boltpistole, ja, sehr geil. Finde ich Knorke. Wenn du jetzt richtig zuhaust, wäre ich dir sehr dankbar. Structure exposed. What the fuck? Der hat einen Narcalf-Angriff überstanden? Ach, gut, auch noch CT zerstört. That's a kill. Ja, Mann. Booyah. Aber dafür bräuchte ich halt erstmal einen 3D-Drucker. Der könnte Teile im Format 20x20x18 höher drungen. Also kein perfekter Kubus, aber fast. So von der Größe her. Das wäre aber schon ordentlich, ne? Da könnte ich also den Kollegen hier, wenn jetzt hier nicht diese extra gestaltete Base wäre, einfach nur die Figur, könnte man da in eins, glaube ich, wegdrucken. Der müsste so gerade zu ihm passen. Du willst dir einen Warhorn bauen? Also wenn ich mir einen Titan bauen würde, das wäre fucking zeitintensiv, da würde ich mir aber tatsächlich einen Imperator-Titan bauen. Weil einfach ganz simpel Scheiße, wie geil. So. Unlucky, kommst du mit? Willst du als 3D-Druck probiert eine Halterung für eine mechanische Tastatur-Erweiterung für eine C64? Da bist du aber schon ziemlich hart in der Materie. Ein Custom-Gehäuse, was dir vorschwebt. Oh, das wäre auch noch was, was ich dann in Angriff nehmen würde. Dann würde ich mir einen Raspberry Pi holen. Weiß gar nicht mehr, was die kosten. Je nachdem, was für einen man nimmt. Zwischen 20 und 30 Euro oder so. Bei 20 und 40 Euro, glaube ich, so teuer sind sie ja da nicht. Und da dann ein cooles Gehäuse drum rumtüdeln. Und Super Nintendo oder NES draufspielen. Halt einen eigenen NES oder NES Mini zusammenbappen. Da bin ich schon schwer begeistert von. Receiving you. Ach, du hast den einen LRM-Werfer, ne? In deiner Hightech-Maschine. Kannst du mal auf Forest jumpen? Bringt dich auch nicht so viel weiter, ne? Egal, kannst du mir den Raketen schon mal beiklopfen? Hat er gerade gesagt, hoppa! So geil. Ach, Medusa. Das ist irgendwie so ein sehr geiler, tiefgründiger Charakter, den man nicht so komplett durchschauen kann. Der eigentlich ein harter, zurückhaltender Ficker ist oder sowas, aber trotzdem so ein bisschen Spaß dabei hat. Ja, genau, es gibt schon hunderte im Netz, also wie ich bereits sagte, selber entwerfen oder so, würde ich jetzt nicht. Okay. Flobock, grüße ich und zartes Hallo für dich von der Tapete. Also selbst entwerfen würde ich nicht großartig, dafür würde mir dann auch im Endeffekt die Zeit fehlen. Mit dem Drucker auseinandersetzen, alles dann raus, ballern, drucken, pam, 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 geil, und dann die Druckvorlage würde ich mir halt immer aus dem Netz besorgen. Da kann man ja ausreichend schnell recherchieren, entsprechen und seinen Spaß haben. Also wo ich diese Mission damals machte, da hatte ich einfach den Nächsten-Gender, ne? Da war ich ja schon ein bisschen anders, krasser aufgestellt. Ach, rechten Torseiler zerstört. Nicht das, worauf ich gehofft habe. Okay. Na, hatte ich da schon viermal Kingcrab? Ich glaube noch nicht. Aber ich war kurz sofort, viel hat nicht mehr gefehlt, nein, nein. Mageras war auf der linken Flanke mit seiner Kingcrab, das weiß ich wohl noch, aber ansonsten bin ich mir nicht mehr komplett sicher, was ich halt wieder so hatte. Mindestens drei. Ja, okay, dann waren es drei. Good to go. Waiting for order. So, okay, jetzt schlatsch mal da rüber. Ah, das wäre unfassbar fett. Hals, äh, hier, du bist BBCs und du Laser. Feuer! Wenn ich mir meine eigenen Warhammer for the Cape Miniaturen drucken könnte. Ach, mein, ja, das auch. Aber halt auch, ähm, Katapult zum Beispiel im, im PGI Design. Das sieht so fett aus, das will ich haben. Ich möchte nach Möglichkeit eigentlich kein, äh, Dropchip verlieren. Ich weiß aber nicht, ob ich es hier noch hinschaffe, bevor das Dropchip landet. So, zeig mal, was du drauf hast. Strudger exposed. Eine Kingcrap zu haben, wäre auch super fett. Ach, es wäre einfach alles super fett. Okay. Aber, also man muss ja auch so ein bisschen seine Frau von dem Nutzen überzeugen können, nicht? Wenn ich sagen könnte, das Ding, ich könnte damit en masse geilen Scheiß für, auch für die Kinder oder generell für alles Mögliche irgendwie zusammendrucken oder sowas. Und dann, dann wäre das auch nochmal vielleicht einen Tag leichter. Oder ich finde etwas günstigeres. Oh, nichts, grüß dich und zahres Hallo für dich von der Tapete. Ja, hier wird schon gebrutzelt. Schaber 2 ist incoming. So, da ist er und dahinten ist jetzt der Unknown Mech. Das Dropship ist gelandet. Aber das ist ja Explosionsrad da, ne? Ja, Kinderspielzeug. Also da habe ich auch schon tatsächlich zwei, drei coole Designs gefunden für Crom. Die kommen diesmal aber auch schneller rein, ne? Habe ich das Gefühl. Berangian. Wie weit kannst du jumpen? Ernsthaft, du kannst nur dann auf die... Ne, das würde ich nicht eingehen, das Risiko. Dann jump hier hinten rüber. Soll das eine halt explodieren, ist ein bisschen schade, aber okay, das müssen wir einnehmen. Das müssen wir hinnehmen. Man kann auch jetzt nicht jeden Bonus-Kram hier mit abchecken oder so hat. So, hier, Balleste drauf. Schön later moment. Und fällt er um, durch die ganze Explosion, durch den Seitentorso, Ausgleich, Gewichtsverlust, whatever. Der ganze Gelöt. Eigentlich hätte er jetzt zumindest durch die Rakene umfallen müssen. Aber sein Instabilitäts Aufholraster da oben hat sich nicht mal bewegt oder so. Er schießt mit einem Laser auf den Striker. Ja, Ostergaard ist aber halt ein psychopathischer Spast. Das musst du wissen, ne? Nein! Mein Alliator! Na ja. Ihr wart jetzt nicht die besten Freunde oder so. So, Unlucky. Oh mein Gott, könnte man hier jetzt einen Artie hinballern, ne? Das wäre so fett. Wann ist denn jetzt wohl der Battlemaster mal dran? Er macht irgendwie die ganze Zeit gar nix, hab ich das Gefühl. Also der von dem Bösen der Battlemaster. Noch ein paar Medium-Laser weniger. Gut, Lenkerarm zerstört, hervorragend. Jetzt hat er glaube ich nur einen Medium-Laser über. Er kann kein DFA machen. Beste Voraussetzung. Da ist der Battlemaster dran. Jetzt können wir ihm ein Bein abschießen. Wow! Auf wen kannst du von hier ausschießen? Auf den Kleinen. Hm. Er könnte auch einfach halt wirklich in jede Position, was schon fett ist, ne? Von wo aus bearbeiten wir ihn denn? den Freund. Also ich möchte ja schon gerne Okay, machst du hier den Sprung, dann hast du Double Evasion. Yay! Baut ein bisschen Hitze auf, aber noch sind wir in einer Situation, wo uns das nicht die größten Probleme bereitet. So, die Gauss versucht CLB, LM15 auch. Der Rest darf sich an den kleinen Knaben jabra kann. Structure Expos, direkt waren aufgeschossen, hervorragend. Das könnte man mit einem 3D-Druck hier auch wieder reparieren, Knockdown, Pilot Injured oder Incapacitated vielleicht sogar. Er hat auch schon ein paar Kopftreffer und so abgekriegt, ne? Pilot Injured. Oh, es hat noch nicht für Incapacitäten gereicht, ne? Okay, Ally Turn, was kommt jetzt? Jawohl, immer schön auf den am Boden liegen. Linker Torso und jetzt, jawohl, ein Happy hat er noch gehabt. Oh, Taschentuch, oh, ich muss niesen. Ah, das war so schön. Ah, Glitch. die könnte hier auf den kleinen Kommando schießen, ne? Wie viel hat der im Center? Oh Gott, wenn die mit beiden PPCs jetzt treffen würde, den kleinen. Ah, schade, das war jetzt aber wohl, ich glaube, einer ist reingegangen. Scherber 2 ist angekommen, okay. Danke. So, ne, er macht einen kleinen Moonwalk, der Firestarter. Er geht auf den Striker. Noch lebt er aber, nice. Spider schießt jetzt auf den Tank und macht Boom. Hat noch nicht ausgereicht, okay, fein. Oh, come on. Dafür bin ich noch nicht vorbereitet. Ha. Die Türme dürfen jetzt nicht fallen wie die Fliegen, meine ganzen Allianen, die Türme und die Autos und so was. Okay, er schießt auf Unlucky, das ist sehr geil, er schießt jetzt nicht auf sein eigentliches Ziel. Damage Minimal. Varengian. Wenn du jumpst, kannst du hier, oh, das ist ja perfekt gejumpt, Freund, Varengian. Kannst du auf den Gender schießen und dann bist du vielleicht für den anderen auch Prime-Tagent. Du bist gerade so eben außerhalb des gefährlichen Bereichs, wenn das Ding dann hochgehen sollte. Die Medium lasern. Machst jetzt einfach mal, auch wenn es warm wird. Super Coldshot, jawohl. Du bist fast schon so brauchbar wie Decker. Der Enforcer kriegt aber die ganze Zeit auf die Nase von denen. Battlemaster, brrrt. Auf den nächsten Turm, auch nice. Mein Turn. Du kannst nur auf den schießen, wenn du hier einen Schritt machst. Und dann kannst du da hinten auch was ballern. Und dann gehst einfach mal darüber und machst Multi-Target. Piu, und hier, bitz, bitz, schön Blitze reinballern. Da reichen sogar die Medium Laser hinten, im Ernst? Ordentlich eine PPC hat ihn getroffen, wie schade ist das denn? Er hätte über den Enforcer, aber da brauche ich mich gleich gar nicht mehr selbst zu kümmern. So, von hinten Nahkampfangriff auf den Firestarter. Bevor der sich hier richtig austobt, holen wir ihn tot. Twitch leckt etwas. Hast du einmal, versuchen sie es mit F5 einmal aktualisieren, vielleicht kriegst du dann wieder einen frischen knackigen Server. Das macht manchmal auch schon ein bisschen was aus. Mein Turn, unlucky. Die hat keine Panzerung mehr im Rücken, also im Center im Rücken. Einfach den Center zerstört, Jawoll. Auch mit dem Machine ganz hinterher und stay down und bleib unten. Gut gemacht, jo. Okay, Shepard One ist weg, obwohl ich mich da gar nicht großartig drum gekümmert habe. Shepard Three passiert nicht viel da hinten, wenn er landet. Es ist halt einfach, da müssten sie ab durch die Mitte. Hier lädt noch was. Enemy . Tatsächlich die Panzerung von dem Light Turret halbiert, Alter. Wie krass. Ein Panther. Und worauf schießt er? Oh, auf die Blubberblase. Der Janna jetzt auch? Oder nimmt er meinen Grasshop als Ziel? Ja, er schießt auf den Turm. Das verstehe mal einer Beringin. Du gehst jetzt mal hier ab Külien. Gratou und auch außerhalb des gefährlichen Bereichs. Du gehst dahin, nimmst Cover. Entweder haut Shepard 2 jetzt ab oder Shepard 2 explodiert gleich. Warum schießt die KI manchmal mit ihrer Ziel Wahl Enemy Turn bla 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 bin ich ja also es ist schade für meine Alliierten dass die so viel verlieren. Auf der anderen Seite ist es gut für mich weil so bleibt der ganze Bums den ich da aus Feld führe noch ziemlich heile. Je weniger Damage da reinkommt umso weniger Damage kommt rein. So positioniert kannst du jeden von vorne ansehen. So Multi Target du und du die aus und das und die Shuttle Missals. Versuchen wir mal. Rechte Arm zerstört und ah schöner Treffer mit der Gauss. Wir nehmen sie jetzt in Ruhe Stück für Stück auseinander. Allied turn ist überhaupt noch großartig war eigentlich nicht ne. So Anarchy du gehst hier rüber und machst auch Multi Target jetzt. Ich weiß du hast oder warte mal ach Quatsch der kann ja auf alle drum ballern hier was hast du denn hier für die Reichweite eigentlich auch nicht so viel viel ziel ziel 45% die gehen auf ziel b das soll keine verschwindung sein damit er dahin sich einfach auch nicht verlassen vernachlässigt fühlen der firestarter dürfte jetzt gleich nicht mehr so viel boom jawoll bye bye nicht mehr so viel aushalten wollte ich sagen aber das hat sich jetzt automatisch erledigt sehr zart so glitch du kühlst einfach runter shepard 2 is on the way da ist shepard 3 so perfekte kameraperspektive und man sieht nur ganz leicht dahinten die triebwerke während hier überall noch der qualm ist von shepard 2 der da abhaut enemy turn spider jetzt sieht man wen er angreift aber auch wirklich richtig gut auf halt auf medusa den highlander da ist der panther oh jetzt hat es tatsächlich auf shepard 3 abgesehen ok dann sollen sie sich mal austoben gehst du mal rüber und dann ballest du den panther schön an den rein so wie es aussieht hat es funktioniert mit aktualisieren sehr schön ja ja einmal ordentlich refreshen dann geht das da kannst du ihm den center knacken reicht das uh nee knapp nächste runde ist der down da geht es einfach nochmal so freien leistung mit ohne cold shot oder so oh ein auto ist noch da ein striker und der geht auf den panther war gar nicht mal so doof der zug wie viel oh wow ja spring mal so dass du dem hier richtig schön alles reindrücken kannst muss auch mit der gauss gut und hier ok hierhin gauging jump jetzt und jetzt nimmst du ihm bitte das bein raus ist mir ach shit shit fuck so ein kack auf die distanz kann man natürlich normaler attack nicht aus von der richtung kann man nicht aufs bein schießen so es sollte eigentlich die longhand schmissals reichen aber wir nehmen einfach die ghost mummel noch mit verfehlt in der luft verpufft na gut dann ignorieren wir ihn erstmal noch weiter unlucky stellt sich da vorne hin das sind zwei gute ziele da können wir uns so twisten ja auch können wir uns gut twisten hervorragend dass er alle drei von vorne anschaut etten und etten ziel b bekommt short range missals und medium laser oh gott sind das beschissene treffer kronen ein medium laser lassen wir komplett raus einfach mal im fuppen sein torse weggesprengt auch nett no damage detekted so stellbar 3 wird jetzt gleich explodieren ist aber auch in ordnung das wusste ich noch nicht wenn so für all die jene die gerade den chat nicht lesen sondern nur zuhören weiß noch nicht ob das bekannt ist war der name der russ wikinger russ russischen wikinger oder russ wikinger bei den griechen achso quatsch bin auch doof und anderen mittelmeerländern sie stellten die leibwache des byzantinischen kaisers irgendein spieler hat sich den namen ja rausgesucht bei rangian und alles dann ordentlich gebackt der war das 5000 dollar paket beide ppc verfehlt ey oh mein gott jetzt geht das kaputt oder auch war rega gerade genannt ach ich seid alle so gebildet vielleicht sollte ich auch mal ein kluges buch lesen als für den intellekt so für cooles allgemeinwissen oder so das allgemeinwissen ja das zählt zu allgemeinwissen ne komm schnell hier also du ernsthaft schießen sie jetzt wieder auf meine leute und auf die türme anstatt da hinten auf den transporter oder was lassen sie ihn jetzt entkommen der panther schießt auf nicht auf den transporter schießt auf rang in im grashopper alter buch total war medial 2 oder crusader kings 2 alles klar weiß ich bescheid okay meine bildungslücke ist kein buch sondern einfach ich hab zu wenig gezockt find ich großartig wirklich schön schön multitarget adden und adden mit dem machine jetzt solltest du den ja locker kaputt säbeln können nicht eine long rich missile hat gerade den center von dem olden panther getroffen vorschlag das comic northlanders band 1 da wurden sie etwas mit thematisiert coole story okay und jetzt kriegt die ki den kaputt ne ich glaube er steht immer noch der battlemaster dreht sich um winkt meinen leuten zu 2 hp hat der panther noch medusa kannst du irgendwie jumpen ne kannst du nicht na toll kannst du feuern so jetzt also der shepherd der haut gleich ab das ist ja klar shepherd three also der sollte gleich zumindest von dann fliegen du kriegst nur die raketen multi target ziel 1 ziel 2 ok feuer frei ach na endlich wohl auch zeit und jawoll hervorragend mit der gauss rifle zerschmettert pfup war's das muah war's schön 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 ja ich liebe es wenn meine gegner sterben so hab ich meine gegner am liebsten sterbend wobei ne unlucky du musst runter kühlen glitch wie geht's bei dir so ich höre dich commander phoenix reicht das wird einmal die woche gezeigt ok oh schlechte treffer quoten hier aber wir schießen mal mit allem drauf oh mein gott glit was da los bei die als hättest du gegen unsichtbare wände gestossen ja da hat sie verfehlt shabba 3 is away und die ki hätte eigentlich jedes einzelne dropchip abschießen können und wir haben nichts draus gemacht boah der hat gerade tatsächlich so richtig wow als der einen richtigen harten punch abgekriegt hat die bei man geras gelernt nein nein also man hätte fast eine entfernte verwandtschaft zu decka feststellen können ich hoffe aber dass das nicht der fall ist einfach mal so abgetreten den hässlichen flügel da hast du es und legen tors auch noch zerstört mit machine ganz erst den abend weggetreten sonst bam und dann mit dem machine jetzt chirurgisch den seiten tors und auch weg zwirbelt wundervoll so battlemaster guckst du jetzt endlich in meine richtung nicht mehr mit dem rücken zu mir fett 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 for orders springst du so dass du ein richtig schönes jauh da brauchst du ja gar nicht springen puh das wird schwierig aber vielleicht kannst du ihm das bein ja irgendwie entfernen den arm hast du das bein überhaupt getroffen sag mal bei den trefferquoten hier okay es hat scheinbar eine schau das bein getroffen nun denn unlucky da ich du mal warte drauf hast mit dem overheat master mal overheaten battlemaster bein beinchen absäbeln beinchen absäbeln beinchen absäbeln Sehr schön. Während er am Boden liegt, er steht auch gleich wieder auf. Aber wir machen trotzdem weiter. Er wird fleißig weiter verprügelt. Und keine Kekse. Keine Hände, keine Kekse. Da hat er wahr. So, hier, ne? Weiter verkloppen. Das Bein zerstört. Die eine Maschine muss... Wie kann das Ding denn so fehlgepult sein? Alles vorne, irgendwo hingestrott. Nur eine Maschine. Nach oben. Oh Mann, ey. Aber sehr geil. Varangian steht da hinten. Ich glaube, der muss von irgendwas Frust loslassen. Der verkloppt den armen kleinen Jenner, der da ganz alleine steht. Keine Freude wert. Schon arm weg. Seitentorso und so. Alles qualmt. Löcher überall. Und was macht ihr? Er haut einfach weiter drauf. Oh, ihr versucht sich auch im Nachkampf der Battlemaster. Jo, das ist okay. Machst du auch einfach weiter. Nachkampf hier. Bams. Glitch auch. Nachkampf. Prop. Wie so eine fiese Schulhofschlägerei. Befühle. Da ein paar Raketen drauf. Ey, du solltest Multitage machen. So ein paar Raketen auf dem Buddy. Und hier mit einem anderen. Boom. Schön, wie er das ansagt. Everybody's gonna get some. Bye, bye. Der braucht ein Anti-Aggressionstraining. Das ist vielleicht gerade sein Anti-Aggressionstraining. So einen armen kleinen Jenner als Punching Ball benutzen. Vielleicht geht's ihm danach besser. Der ist so kaputt, der kann nicht mal weglaufen, der Jenner. 4 HP, 35 HP, 12 HP. Nur das Bein und der Kopf, die sehen noch gut aus. Das wird er jetzt aber auch ändern. Als hätte er sich gerade noch mal umgedreht, als würde er auf jemand guckt und dann wieder der Bescheidiger komplett nach oben. Wie macht der das? Hope I can salvage that. Der liegt da am Qualm total verdreht, der kleine Jenner. Offenbar können wir da noch was rausholen. Oh Mann, Gott, ey. Das stimmt mit den Leuten nicht. Manchmal echt wieder fragt sich. Was ist mit deren Kinderstube? Boom. Violet injured. Steht er wieder auf. Bin nicht irrespektabel, dass er es mit dem Aufstehen schafft. Oh. Das letzte Auto hat er noch kaputt geschossen. Der hat sich so gut da gehalten und so. Ziemlich fies. So, und jetzt. Durch den linken Torso, in den rechten Torso, die Faust reingerannt. In den Center. Pum, pum, pum. Torch. Kam hier, Arano. Bla, bla, bla. Gut gemacht. Ja, ja, ja. Alles zerschmettert. Das konnte ich am besten zerschmettern. Ihr allmächtige Zerschmetterer. Wundervoll. Contract Payment increased by 50%. Kaum Schäden genommen. Dafür sind die Alliäten alle tot. Wir nehmen ein Stück Battlemaster mit. Uh, wir können drei Stücke Thunderbolt einpacken. Ein T-Boot. Ein L-Ein-Boot. So, das Battlemaster-Stück. Es sei denn, wir finden hier jetzt noch eine unfassbar geile Waffe. Oder eine Mod. Bei den Waffen ist tatsächlich schon Ende. Und eine Mod wird's auch nicht. Na gut. Hm, Enforcer-Teil dazu. Ein Genner-Teil können wir verkaufen. Panther-Teil. Wie wäre es ein Medium Laser, Heatsinks und ein Jump Set. Continue. Use your travel time efficiently. All the damage makes it to be repaired or upgraded. Upgraded while on the road to your destination.